FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen im FALTER-Radio. Fast fünf Jahre war Sibylle Hamann Nationalratsabgeordnete und Bildungssprecherin der Grünen. Die Journalistin und Buchautorin kennt die Welt der Medien und die Welt der Politik. Sie hat sich in die Debatten um die Deutschförderklassen in den Schulen engagiert und fordert den Ausbau der Kindergärten. Gegen die Abschiebung von Jugendlichen hat sie protestiert und den Sinn von Ziffernnoten bezweifelt. Aber was die Medien interessiert hat an ihrer Arbeit, waren häufig nicht die Themen, die ihr selbst wichtig waren. Nach fünf Jahren im Nationalrat zieht sich Sibylle Hamann aus der Politik zurück. Sie zieht eine zwiespältige Bilanz und warnt fordert Auswirkungen der Tendenzen zur Skandalisierung und zur Polarisierung der Medien auf die politische Kultur unseres Landes. Um in der ersten Reihe zu stehen in der Politik, muss man sich einen Panzer zulegen. So hart ist das Geschäft. Es ist ein nachdenkliches Gespräch, das Sibylle Hamann mit Falter-Medien-Expertin Barbara Dott führt. Die beiden waren viele Jahre Kolleginnen. Herzlich willkommen, Sibylle, hier im Falter. Wir sind per Du und vielleicht wollen wir das am Anfang mal kurz erklären, warum wir so vertraut miteinander sprechen können, weil wir uns eben schon sehr lange kennen. Ich habe Dich im Profil kennengelernt. Da gab es damals einen Lehrgang für angehende Magazin-Journalisten, den ich gemacht habe. Du warst schon sehr arrivierte Außenpolitik-Reporterin und ich habe Dich ehrlich gesagt ein bisschen bewundert, weil Du immer furchtlos in Kriegsgegenden gefahren bist. Echt wahr? Das ist nett, dass Du das sagst. Das höre ich zum Ersten. Ja, das hat mich beeindruckt. Dann hast Du Dich als Journalistin selbstständig gemacht nach Deiner Zeit beim Profil und hast unter anderem dann auch für den Falter als freie Autorin gearbeitet. Und das war eine Phase, wo wir dann auch mehr miteinander zu tun hatten, weil ich das Ressort Stadtleben geleitet habe. Und Du hast damals vor allem recht viele Sozialreportagen gemacht, also im Zuge der Flüchtlingsversorgungskrise 2015, aber auch schon davor. Du hast die Themen Bildung, Pflege und eben auch Soziales dir angeschaut, bist sehr viel auch in die Welt gefahren, hast unter anderem die Pflegerin Deiner Mutter besucht und geschaut, was das macht mit der Familie vor Ort. Also Du hast sozusagen die Krisengebiete im Inland dir dann angeschaut. Ja, und dann kam das Angebot für die Grünen zu kandidieren. War das eigentlich die einzige Partei, die Dich angefragt hat? Ja. Also ich habe vor keiner anderen Partei jemals gehört. Und dass ich überhaupt von einer Partei jemals ein Angebot bekomme, war tatsächlich überraschend. Ich war ja auch nicht grünes Mitglied, war ich auch sehr lange nicht. Und dass das möglich war bei den Grünen, fand ich interessant. Und gerade das hat auch für dieses Angebot gesprochen. Ja, und dann warst Du jetzt fünf Jahre im Parlament für die Grünen. Es ist übrigens nicht ganz so außergewöhnlich, dass Journalisten von Parteien angefragt werden. Also da gab es schon Beispiele. Alfred Worm ist vielleicht das Bekannte. Helmut Zilk. Was allerdings eher selten vorkommt, ist, dass dann die Journalisten, die ja mal für eine Partei gearbeitet haben, auch wieder zurückkehren in den Journalismus. Wie ist denn das bei Dir? Was machst denn Du als nächstes? Weil Du scheidest ja jetzt nach fünf Jahren aus dem Nationalrat für die Grünen aus. Ja, ganz genau weiß ich es noch nicht. Das wird auch für mich eine spannende neue Phase, wo mal sehr viel Neues möglich ist. Und als Du jetzt so ein bisschen aufgezählt hast, was ich bisher gemacht habe, was mich halt immer so verfolgt hat, war die Frage, wie kann ich wirksam werden? Wie kann ich etwas zum Besseren verändern? Und wahrscheinlich hat mich das aus dem Journalismus in die Politik gebracht, weil ich gedacht habe, dort kann ich vielleicht wirksamer sein. Und gerade jetzt, wo ich im Bildungsbereich mich sehr wohlfühle und mich auch das Interesse für das Thema gepackt habe, spiele ich mit der Möglichkeit, gleich noch wirksamer zu werden, indem ich direkt in eine Schule gehe und mich um den Quereinstieg in den Lehrerberuf zu bewerben. Jedenfalls hast Du Politik und Medien, diesen Komplex, der in Österreich vielleicht ein bisschen enger und näher ist als anderswo, was auch zu Problemen führt und darüber wollen wir sprechen. Also Du hast jedenfalls diesen Komplex jetzt von beiden Seiten kennengelernt und wie es Dir dabei ergangen ist, was Du daraus auch gelernt hast und was Du vielleicht im Rückblick gerne verbessern würdest, das ist das Thema unseres Gesprächs heute. Im Vorfeld hast Du mir erzählt, schon vor Monaten eigentlich, hast Du gesagt, dass Du würdest eigentlich gern, wenn Du dann ausscheidest, so ein längeres Gespräch, ein Nachdenken darüber, was Du erlebt hast, machen. Hast Du gesagt, da läuft schon einiges schief zwischen Politik und Medien. Was hast Du denn damit gemeint? Naja, der Rollenwechsel ist nicht ganz leicht und man schaut dann auch, wenn man diesen Rollenwechsel hinter sich hat, auf sich selber zurück, wie man vorher war. Und ich habe zum Beispiel einen großen Unterschied gemerkt, ich habe als Journalistin, bin ich sehr gerne auch öffentlich aufgetreten, habe diskutiert, bin auch gerne ins Fernsehen gegangen, habe mich allem ausgesetzt und das war eigentlich immer ganz lustig, weil man hat mir gern zugehört und was ich gesagt habe, war jetzt vielleicht nicht wirklich am Ende relevant für die Nation, aber es war in Ordnung und ich konnte sagen, was ich will. In dem Moment, wo man in der Politik ist, spricht man nicht mehr nur für sich, da spreche ich nicht nur für mich als Sibylle oder für mich als Journalistin, sondern ich bin plötzlich eingebunden, ich spreche für eine Partei, ich spreche in einer Rolle, ich spreche in einem Umfeld, wo es andere Menschen gibt, die schon anderes geäußert haben zum Thema, ich spreche in einem Feld, wo es ein Parteiprogramm gibt, wo es Aussagen gibt und wo man ständig das Gefühl hat, man muss jetzt aufpassen, dass man nicht das Falsche sagt, weil man könnte auf das Falsche festgenagelt werden, man könnte missverstanden werden und also dieser Rollenwechsel, dieser sehr abrupte, der hat mich sehr gewundert, also wie dieselbe Person, ohne dass man sich als Person ändert, völlig unterschiedlich wahrgenommen wird, sobald sie die Rolle wechselt. Die Grünen sind ja eine Partei, die bekannt dafür sind, dass sie auch Persönlichkeiten, starke Persönlichkeiten zulassen, sie haben dich als Prominente, sage ich jetzt mal Journalistin, geholt, aber selbst dann hattest du das Gefühl, das mediale System funktioniert so, dass du nicht so frei sprechen kannst, wie du es vielleicht als Journalistin und Expertin davor, wo du dich wohlgefühlt hast? Ja, es ist ja nicht die Partei, die einem Dinge verbietet, sondern man merkt einfach, wie die Dinge, die man sagt, plötzlich in einen ganz anderen Kontext eingeordnet werden. Also ich habe ganz oft erlebt, dass nach einem längeren Gespräch dann Journalistinnen dann noch dranhängen, so die Frage, was sagst du übrigens zu dem und dem, was jetzt gerade der Minister gemacht hat oder zu dem und dem, was jetzt gerade dein Parteichef gesagt hat und dann sagt man irgendeine Kleinigkeit und plötzlich sieht man am nächsten Tag dann die Zeile Grüne gegen den Minister oder Grün interner Zoff um das Thema XY oder so. Also man sieht, es ist immer so ein bisschen diese Eskalationsschraube wird gedreht und es ist ganz wenig Platz für Zwischentöne, ganz wenig Platz auch einmal für einen ein bisschen originelleren Gedanken, ganz wenig Platz für eine Zweideutigkeit. Also man hat diesen Zwang tatsächlich zu ganz eindeutigen Aussagen, wo man nicht was reininterpretieren kann, wenn man möchte. Und das hemmt natürlich schon das Denken, das hemmt das Formulieren. Das ist aber etwas, an dem sind wir alle beteiligt, die wir an dieser Öffentlichkeit herumschrauben. Das ist jetzt nichts, was eine Partei mir anschafft oder nicht. Also es ist weniger Message Control, wobei die natürlich jetzt vielleicht bei den Grünen nicht ganz so, aber bei anderen Parteien sehr stark ausgeprägt ist, sondern schon auch die Herangehensweise quasi der Medien, der Wunsch der Medien nach griffigen Aussagen, nach Konflikt, nach Widerspruch, den du da beschreibst? Ganz sicher. Also ich meine, ich kann mit einem winzigen Nebensatz in einem Tweet, wenn ich jetzt ganz unwichtig bin, mich aber im Gegensatz stelle zu etwas, was Werner Kogler als Parteichef gesagt hat, kann ich Riesenprominenz kriegen, wenn ich das will. Also es wird quasi immer so ein bisschen gesucht nach dem, wo kann ich da jetzt wo eine interne Front aufmachen. Die sozialen Medien bekanntermaßen verstärken solche Tendenzen immer. Welche Rolle haben sie jetzt für dich gespielt in den letzten fünf Jahren? Also bei Twitter bin ich dann ganz raus, da kann man nichts gewinnen. Also gerade als Politikerin. Egal, was man da tut, man holt sich ja nur Watschen ab, das kann man eh machen. Ich habe dann für mich gefunden, es muss jetzt dann auch nicht mehr sein. Also ich habe mich da eigentlich nicht mehr beteiligt. Jetzt hast du vorher beschrieben, quasi diese Situation, wenn du interviewt wirst, dann wird noch eine Frage nachgeschoben und dann wird oft die aus deiner Sicht unwichtigste Frage zur großen Meldung gemacht. Als ich im Innenpolitik-Journalismus angefangen habe, gab es noch dieses Commitment, wie ein Politiker und eine Journalistin miteinander sprechen. Und da gab es verschiedene Ebenen des Gesprächs, unter drei, unter zwei, unter eins oder auch genannt zum Beispiel ein Off-the-Records-Gespräch. Also wenn wir uns jetzt austauschen würden und du erzählst mir einen Hintergrund, den ich für mich verwende, aber ich zitiere dich nicht, unter zwei wäre zum Beispiel, dass wir uns unterhalten, ich nehme die Infos mit und zitiere dich vielleicht anonym, aber würde nie den Namen dazu schreiben. Also da heißt es dann, eine grüne Abgeordnete sagt. Und unter eins ist das, was wir gerade machen, ein quasi eins zu eins Gespräch. Gibt es das nicht mehr? Also diese quasi abgesteckten Räume, damit man eben, damit es nicht zu Missverständnissen kommt, damit man sich als Politikerin auch sicher fühlen kann, einmal Hintergrund zu erzählen, ohne dass man gleich geoutet wird. Hast du das nicht mehr erlebt? Ist das vorbei? So formalisiert habe ich es nicht erlebt. Ich bin am Anfang x-mal in die Falle gelaufen und habe einfach frei von der Leber weg einfach gesprochen darüber, was ich mir gerade denke. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel, das war lustig, als mein Nominierungsparteitag, als über mich abgestimmt wurde beim Grünen Bundeskongress, hat man meine alten Kommentare ausgepackt, was ich eigentlich alles schon so gefordert habe im Laufe der letzten 15 Jahre, was natürlich vieles ist. Unter anderem habe ich immer schon dafür plädiert, dass man Männer und Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft gleich behandelt, unter anderem auch bei der Frage der Wehrpflicht. Das Erste, was natürlich passiert ist, war die Riesendebatte dann darüber, Grüne will Wehrpflicht für Frauen einführen. Das war mein Einstiegs-Situation in der Politik. Und da habe ich mir kurz gedacht, hey Leute, was geht hier ab? Nur weil ich etwas vor 15 Jahren in einem Kommentar gefordert habe, wozu ich durchaus heute stehe, dass das sofort übersetzt wird quasi in ein, hier steht die grüne Forderung und jetzt müssen sich alle anderen dazu verhalten, weil da steht im Widerspruch zu unserer geltenden Beschlusslage etc. Damit hätte ich durch alle Talkshows dann gehen können, wenn ich gewollt hätte. Aber sowas braucht man natürlich nicht. Also ich habe ihn nicht erlebt und ich habe auch nicht gesehen, dass ich mich auf diesen sicheren Raum verlassen könnte. Also wir haben ja, seit wir auch Chats veröffentlichte haben, Screenshots von Chats, die auch weitergegeben werden. Ich weiß nicht mehr sicher, worauf ich mich verlassen kann und was vertraulich ist und was nicht vertraulich ist. Und im Zweifelsfall sagt man halt dann weniger von dem, was man weiß, als mehr. Da gibt es jetzt aber schon in den Medien quasi die Schuld, dass sie sozusagen aus dem Kontext heraus Dinge groß aufblasen. Das wird wohl immer wieder auch passieren, passieren aber nicht auch auf politischer Seite Fehler in der Kommunikation. Ja, logisch. Also man darf jetzt nicht hier Schuld verteilen und man darf auch überhaupt nicht willeitig sein. Ich versuche ja nur wahrzunehmen, wie die Mechanismen so sind und wir stecken da ja gleichermaßen alle drin. Also ich möchte niemandem die Schuld für irgendwas geben. Ich finde es nur zum Beispiel interessant, wenn ich vergleiche etablierte Medien mit Social Media. Was wäre dann die Kernaufgabe, die etablierte, recherchierende Medien von Social Media unterscheidet? Das wäre in meiner Sicht, dass Medien versuchen zu bewerten, was ist jetzt wirklich relevant, was ist berichtenswert und was ist jetzt so ein Hype, unwichtig oder ein Ablenkungsmanöver von der Politik. Und das ist für mich tatsächlich das Qualitätsmerkmal, wenn Medien das schaffen, dass sie diesen Unterschied erkennen. Man erschrickt halt leider wieder immer wieder darüber, dass auch etablierte Medien oft diesem Unsinn, der absichtlich oder das Binde in die Welt gesetzt wird, gleichermaßen aufsitzen und halt auch nur wiedergeben, obwohl es keine Relevanz hat. Folgen etablierte Medien zu sehr dem Druck der sozialen Medien? Ja, leider ja. Also wenn man sieht, welche Bedeutung oft irgendein komischer Tweet bekommt und dann ganze halbe Seiten darüber geschrieben werden, überrascht mich das oft. Also da wünsche ich mir schon manchmal, dass die Energie eher dort reingeht, dass man in der realen Welt sich umschaut, was bewegt da die Menschen, was passiert in den Schulen, was passiert in den Pflegeheimen. Also die ureigene Aufgabe des Journalismus, die du am Anfang eh ganz gut beschrieben hast. Sowohl Politiker, also Politiker beklagen ja gerne, dass die Medien sehr böse sind, aber auch Journalistinnen und Journalisten klagen, dass alles viel schneller und hektischer geworden ist und dass es zu wenig Zeit gibt, quasi in Ruhe zu recherchieren, zu arbeiten und zu schreiben. Diese Taktung, die Erhöhung des Taktes, wie sehr hat dich das in der Politik beeinflusst und war sehr viel anders als als Journalistin? Naja, man muss sehr schnell reagieren und die Ereignisse, auf die man sehr schnell oft reagieren muss, die sind sehr von Zufällen bestimmt. Ich habe einmal den schönen Satz gelesen von der Ricarda Lang, der Parteichefin in Deutschland, der hat gesagt, Politik ist ein Geschäft von Kontrollfreaks, die täglich gegen den Kontrollverlust ankämpfen, weil die Dinge, zu denen man Stellung nehmen muss, die poppen auf aus dem Nichts, plötzlich passieren sie und man muss sich dazu verhalten. Wo man eigentlich im Hintergrund damit beschäftigt ist, irgendeine große Reform im Detail auszuverhandeln, über die man jetzt viel lieber reden würde, aber mit der kommt man nicht recht durch. Das sind die aus unserer Sicht dann wesentlichen Fragen, die aber dann ganz selten Platz finden, weil immer irgendein Zufall das bestimmt, worauf du reagieren musst. Also es ist dieser Kontrollverlust, den sehe ich als viel relevanter heute als die Message Control. Ich sehe für Message Control eigentlich kaum mehr Platz, weil ich sehe nicht, dass überhaupt noch irgendjemand viel kontrolliert in unserem polit-medialen Komplex. Du warst jetzt fünf Jahre quasi Politikerin, wenn du dir anschaust, wie die Kollegen, die das quasi ihr ganzes Leben schon machen, in der Partei, damit umgehen, also auch mit dieser Beschleunigung, mit diesem Kontrollverlust, den du gerade beschrieben hast. Ist das Thema, reflektieren die darüber oder sind die so gefangen, quasi in ihrem Radl, dass man einfach immer nur weiterläuft und quasi der Horizont geht gerade einmal bis zum Ende der Woche und man ist froh, wenn man das ohne größeren Skandal überlebt hat? Na, was ich gemerkt habe und was ich interessant fand, ist, dass Menschen, die länger in der Politik sind, gelernt haben, dass man auch einmal nichts sagen kann und dass man mal einfach abwarten kann und dass gewisse Dinge vorübergehen. Ich habe vielleicht auch aus der medialen Vergangenheit so das Gefühl, man muss immer was tun, um Probleme zu bewältigen. Man kann auch einfach nichts sagen und kann damit viel erfolgreicher sein, als wenn man was sagt, weil dann macht man sich zur Zielscheibe. Also, wenn man jetzt auch sieht, was für Parteien sind erfolgreich oder wenn ich mir zum Beispiel den Erfolg auch der Bierpartei anschaue, je weniger wahrscheinlich der Herr Blasny sagt, desto erfolgreicher wird er sein. Das kann ein Erfolgsrezept sein und das habe ich auch manchmal mir erst ein bisschen antrainieren müssen, dass ich nicht immer was denken muss und manche Dinge rauschen auch einfach vorbei und sind dann auch wieder weg. Also auf Durchzug schalten. Du hast vorher angesprochen, dass die eigentlichen großen Projekte, die Reformprojekte, dass da der Fokus der Mediale viel zu wenig drauf ist. Man hetzt halt immer quasi dem aktuellen tagespolitischen Aufreger hinten nach. Du hast ja als Bildungssprecherin dich ganz viel mit der Reform der Deutschklassen beschäftigt, hast sehr dafür gekämpft. Wie ging es dir bei dem Thema? Also hast du da auch das Gefühl gehabt, du kommst da jetzt einfach nicht durch medial mit dem, was du machst oder warst du manchmal sogar froh, wenn nicht über alles berichtet wurde? Ich kann mich im Übrigen erinnern, wenn wir zu dem Thema geschrieben haben, hast du schon auch immer dich beschwert, dass du findest, der Falter hat das jetzt auch nicht so richtig wiedergegeben. Also wie findet man da eine gute Balance? Das Thema, das du jetzt anschließend in den Deutschförderklassen, ist eines, da haben wir uns alle ideologisch in Ecken gesetzt. Also die ÖVP hat das mit der FPÖ damals dieses Modell eingeführt. Das war natürlich ein rechtes Projekt, um Ausländerkinder zu quälen. Ich tue es jetzt einmal sehr plakativ formulieren. Und auf der linken Seite haben wir gesagt, das gehört alles abgeschafft, weil das gehört ganz anders und wir brauchen das nicht. Ich stehe auf dem Standpunkt, selbstverständlich müssen alle Kinder in Österreich gescheit Deutsch lernen in der Schule, damit sie ihr Potenzial ausschöpfen können. Und wie kommt man pragmatisch zu einem Modell, das das gewährleistet? Und da war aber zwischen diesen Polen, die einen haben gesagt, das muss man unbedingt abschaffen und die anderen haben gesagt, man muss es unbedingt beibehalten und auch weiterhin so nennen, da einen Weg zu finden, dass man es schafft, verbindlich und auch wirklich mit einem vernünftigen Pfad, der auch Ergebnisse dokumentiert, dafür zu sorgen, dass alle Kinder tatsächlich Deutsch lernen und die Mittel dort ankommen, wo sie gebraucht werden, das zu gewährleisten und gleichzeitig nicht überbordende Vorschriften in den Schulen zu machen, das war wirklich eine Herausforderung und da sind wir leider in der Diskussion viel zu oft auf der ideologischen Ebene stecken geblieben. Da kommt ja dann auch noch der Föderalismus dazu, da gibt es quasi Bundeskompetenzen, Landeskompetenzen, das Thema ist mega komplex. Wo kann man das eigentlich, jetzt auch als Journalistin wieder gefragt, wo kann man das noch so aufdröseln, dass es am Ende das Publikum versteht? Weil du wirst es in einer Talkshow als Politikerin wahrscheinlich in den zwei Minuten Redezeit, die man da üblicherweise hat, kaum darstellen können. Hast du es in den Medien dargestellt, gefunden, so wie du es erlebt hast als Politikerin? Naja, also Sinovac hatte ja wirklich mit seinem Satz, dass es alles kompliziert ist, sehr recht. Und einer der großen Irrtümer, rückblickend von mir als Journalistin, war, dass ich geglaubt habe, man kann einfach so Gesetze beschließen, wenn man mal regiert. Einfach so kann man überhaupt nichts beschließen, weil jedes Gesetzwerdungsprozess ist etwas sehr Komplexes, wo man verschiedenste Interessen einbeziehen muss, wo man auch antizipieren muss, was könnte das für unvorhergesehene Konsequenzen haben. Also ganz vieles von diesen guten Ideen, die ich damals auch im Journalismus flapsig formuliert habe, warum macht man das nicht einfach? Wenn man versucht, das im Detail durchzudenken, wie konkret müsste man das aufsetzen, damit es umgesetzt werden kann? Was für Folgen hat es für die verschiedenen Gruppen, für die verschiedenen Berufsgruppen etc., dann merkt man, dass es ganz selten so einfach ist. Und es gibt natürlich bei jeder, also jede Reform ist eine Veränderung. Und in dem Moment, wo ich etwas verändere, wird es ganz viele Gruppen geben, die sich umstellen müssen und wird etwas anders wird als vorher. Und deswegen gibt es zwangsläufig natürlich am Anfang jeder Reform Widerstand. Ich erinnere mich an die vielen Reformen im Gesundheitsbereich zum Beispiel, wo natürlich immer ein Teil der Klientel, zum Beispiel die Ärztekammer, reflexhaft aufstehen und sagt, nein, so geht das nicht. Da braucht man dann eigentlich die Medien, die unterscheiden, das ist ein sinnvolles Reformkonzept und es gibt zwar Leute, die jetzt sagen, nein, das geht nicht und unmöglich und Desaster und furchtbar, dennoch ist es am Ende das Richtige. Da braucht man aber eine Unterstützung der Öffentlichkeit, weil sonst kriegt man das nicht hin. Wenn du jetzt wieder zurück in den Journalismus kehren würdest, welches Format würdest du denn wählen, um solche hochkomplexen Reformprozesse, die ja Österreich dringend braucht und in allen möglichen Bereichen, gut darzustellen? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir noch nicht im Detail überlegt, weil ich meine Rückgründe in den Journalismus gar nicht plane. Nach deiner Erfahrung. Ich glaube, es gäbe vielleicht auch ganz neue Formen, Dinge zu erzählen, auch vielleicht mit so grafischer oder Datenaufbereitung oder einfach mit griffigen Memes. Das müsste halt redlich sein. Das Problem ist, da alles, was griffig ist und leicht verstanden wird, ist natürlich auch immer griffig und leicht verstanden, wenn es irreführend ist. Also wer sich die Mühe macht, tatsächlich die komplexen Dinge so zu vereinfachen, dass sie stimmen und nicht die Verführung anzunehmen, man sagt halt das, was am erfolgreichsten ist und am meisten Klicks produziert, das wäre, glaube ich, die 1.000-Euro-Frage im Journalismus. Aber auch der Journalismus misst sich ja daran, wie viel Response kriege ich, wie viel habe ich auch das geliefert, was mein Publikum von mir erwartet und das ist ja auch die Belohnung im Journalismus. Das sind meine Klicks, das sind meine Werbeeinnahmen. Das heißt, da ist die Verführung ja fast gleich groß wie in der Politik, einfach das zu sagen, von dem man vermutet, dass es die anderen hören wollen. Ja, und am einfachsten ist es immer, wenn man, ich nenne das immer, den He-Says-She-Says-Journalismus macht. Man fragt einfach den Politiker der einen Partei, was sagt er dazu? Der sagt etwas und schimpft auf die andere Partei. Dann fragt man den von der anderen oder die von der anderen und die schimpft zurück. Und damit habe ich relativ schnell eine Geschichte geschrieben, meine Zeilen gefüllt, ohne dass ich tatsächlich in das Thema eingedrungen bin, oder? Ja, richtig. Also, wenn du dann tatsächlich ein Gesetz auf den Boden bringst, Beispiel Klimabonus, tatsächlich eine nicht unspannende neue Art, ein Steuersystem zu generieren, dann habe ich natürlich Gruppen, die sagen, das ist zu viel, dann habe ich Gruppen, die sagen, es ist zu wenig, dann habe ich Gruppen, die sagen, es ist unfair, weil der andere kriegt genauso viel, dann gibt es Leute, die sagen, es ist unfair, weil das kriegen Leute unterschiedlich viel. Und dann habe ich in der Zeitung, dann stehen Kritik am Klimabonus. Statt, dass in der Zeitung steht, was ich mir wünschen würde, das ist sinnvoll, weil, unterm Strich, sie wird zum Schluss gekommen, in Abwägung der Kritik von dieser Seite, jener Seite und der fünften Seite, ist es am Ende die richtige oder die falsche Reform. Machen es sich Politikjournalistinnen und Journalisten manchmal zu einfach? Nein, ich habe sehr lange früher eine wöchentliche Kolumne geschrieben in der Presse. Und immer, wenn ich darüber überlegt habe, was schreibe ich heute, kann ich mich erinnern an diesen verführenden Gedanken, wenn ich wieder mal schreibe, wie unfähig die Politiker und Politikerinnen sind, dann werde ich viel Beifall kriegen. Das habe ich immer schon im Vorfeld gewusst und habe gedacht, wenn ich jetzt was schreiben will, wo ganz viele Zustimmung kommen wird und womit Leute gratulieren werden, dann werde ich schreiben, wie unfähig und deppert die Politiker sind. Und das war so ein Impuls, gegen den musste ich aktiv ankämpfen, weil ich gewusst habe, da renne ich jetzt offene Türen ein, wenn ich das schreibe. Und wenn ich es nicht schreibe, wird es schwieriger, mir Zustimmung abzuholen. Das heißt, ich habe schon am eigenen Leib gespürt, wie leicht es ist, damit Sympathiepunkte auch bei Lesern und Leserinnen zu kriegen, indem ich habe gesagt, die sind alle deppert und unfähig. Eine ähnliche Debatte erleben wir jetzt gerade mit nicht dem Klimabonus, sondern mit der Mindestsicherung. Da steht jetzt vor allem in der Zeitung, eine syrische Familie in Wien mit sieben Kindern bekommt 4.600 Euro quasi brutto für Nettoförderungen ausgezahlt. Ist das nicht leistungsfeindlich? Wie würde gute Berichterstattung über dieses Thema ausschauen? Bei dem Thema bin ich halt sehr geprägt von meinen Erfahrungen, die ich auch selber in der Arbeit mit Flüchtlingen gemacht habe. Und ich sehe einerseits viele der syrischen Bekannten, die ich habe, die von vornherein immer gewusst haben, ich möchte niemals Sozialhilfe bekommen, weil es ist eine Stolzfrage, dass ich hier auf eigenen Beinen stehe. Dann kenne ich aber genauso andere, wo ich selber erlebt habe, dass wir tatsächlich in dem System, wie wir es haben, Inaktivitätsfallen eingebaut haben. Also wir machen es Menschen relativ leicht, einmal diese Mindestsicherung beantragen zu können. Und wir machen es ihnen relativ schwer, aus der Mindestsicherung heraus eine Arbeit anzunehmen, weil dann wird es kompliziert. Dann muss man anfangen, Aufstockung zu beantragen. Dann muss man anfangen, teilweise zurückzuzahlen, die Mindestsicherung, die ihr bekommen habt, alles wieder abgezogen. Und was man immer unterschätzt dabei, ist diese große Scheu auch von Menschen, am Arbeitsmarkt in einem Betrieb etwas falsch zu machen, sich vielleicht nicht richtig zu verhalten, nicht genau das zu erfüllen zu können, was von ihnen erwartet wird. Also da bräuchten, glaube ich, gerade Asylberechtigte, viel mehr Unterstützung und aktivere Unterstützung, dass man ihnen sagt, wir wollen, dass du genau hier eine sinnvolle Aufgabe übernimmst, wo du auch dich wirkmächtig fühlst. Das wollen die Menschen am Ende, aber im Moment geben wir ihnen mal Geld und begleiten sie nicht genug auf diesem Übergang. Warum wird diese Position medial nicht so wahrgenommen, die du jetzt gerade hier vertreten hast? Ich weiß nicht, das spielt halt keine Rolle. Im Moment sehen wir sowohl Journalisten und Journalistinnen in den Kommentarspalten der Zeitungen als auch Spitzenpolitikerinnen in der Politik, die alle sagen, da schaut es her, ich habe es immer schon gewusst, die 4.600 Euro sind der Beweis, dass ich mit meiner ideologischen Position immer schon richtig gelegen bin. Jetzt gibt es ja von Michael Häupl den viel zitierten Satz, dass Wahlkampfzeiten Zeiten der Fokussierten und Intelligenz sind. Du warst jetzt 5 Jahre in der Politik. Ist es tatsächlich so, dass es in Wahlkämpfen alles noch einmal skurriler, härter und schwieriger wird? Es ist natürlich eine gefährliche Zeit, weil alle, die in der ersten Reihe stehen, vor allem wissen, wenn ihnen jetzt ein gravierender Fehler passiert, wird ihnen das um die Ohren gehauen und kann am Ende wahlentscheidend sein. Also davor fürchtet man sich schon. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Wahlkampf jetzt nicht mehr aktiv führen muss. Ich habe an Wahlkämpfen immer sehr gemocht, dass sie auf der Straße stehen, dass sie mit Leuten diskutieren, erklären, was wir machen. Das hat mir immer wahnsinnig gefallen. Der mediale Teil, also dass man in Diskussionen sitzt und quasi mit den Vertretern anderer Parteien sich die Slogans gegenseitig um die Ohren haut. Also der TV-Wahlkampf. Der TV-Wahlkampf ist nichts für mich. Das sage ich ganz offen und ich bin froh, dass ich das nicht tun muss. Was hat sich denn in den letzten 5 Jahren deiner Meinung nach im politmedialen Bereich verschoben? Was ist passiert, was bleiben wird? Im guten wie im schlechten? Naja, die 5 Jahre gibt es ja als Phase nicht so wirklich, weil aus meiner Sicht ist das in zwei Teile zerfallen. Wir hatten den ersten Teil, wo wir noch mit Sebastian Kurz regiert haben, wo ja am Anfang auch noch zum Teil die Message Control der ÖVP noch funktioniert hat. Im zweiten Teil dieser Regierungsperiode, also mit dem Abgang von Kurz und auch natürlich mit diesen ganzen Enthüllungen Enthüllungen und der Aufarbeitung dessen, wie das passiert ist. Was da alles an Kampagnen und auch an Inseraten, Kooption etc. dahinter stand, gab es schon einen Bruch und ich sehe, seit wir mit Neham regieren, keine Message Control mehr, die auch nur ansatzweise funktionieren würde. Was könnte man besser machen? Das, was du jetzt hier erzählt hast, ist ja eigentlich ein besorgniserregender Befund. Du hast von dieser Dynamik der Zerstückelung der Zeit, dem Kontrollverlust gesprochen, davon, dass Medien die eigentlichen Themen nicht ausführlich berichten, sondern sich halt lieber auf irgendwelche Sager fokussieren. Das führt ja am Ende nicht dazu, dass unsere politische Kultur im Land besser wird. Ja, und es hat halt leider auch den Effekt, dass die gesamte politische Kaste ein bisschen diskreditiert worden ist. Und ich weiß nicht, ob das auch gut tut, der Auswahl der Menschen, die weiter in die Politik gehen. Und ich weiß auch nicht, ob das dem gut tut, welche Kräfte sich am Ende dann auch bei Wahlen durchsetzen. Weil wir haben halt schon sehr oft gehört vom Versagen der Politik und vom Desaster und was sozusagen alles ganz furchtbar schiefläuft. Am Ende stärkt das natürlich Kräfte, die sagen, wenn alles eh so ein Desaster ist und alles so ganz furchtbar, dann kann man ja gleich alles kaputt schlagen, weil das ist eh nichts wert. Also was die große Challenge wäre, ist, dass man versucht, den demokratischen Kompromiss wieder ein bisschen zu rehabilitieren, was natürlich jetzt in einer politmedialen Logik sehr schwierig ist. Wie soll das funktionieren? Nein, aber dass jeder Kompromiss, den man natürlich in der Politik eingehen muss, weil man immer mit verschiedensten Kräften zusammenkommen und ein Agreement schließen muss, um eine halbwegs stabile Basis für eine Entscheidung zu haben, dass das immer diskreditiert wird als das ist ein Kuhhandel oder da hat einer den anderen quasi über den Tisch gezogen oder das ist ein fauler Kompromiss oder da hat man seine Grundsätze verraten. Das macht natürlich sehr vieles kaputt an Gestaltungsmöglichkeiten in einem Land. Also wenn ich mich allein daran erinnere, wie oft uns als Grüne am Anfang vorgeworfen wurde, wir hätten hier unsere Ideale verraten, weil wir haben uns mit der ÖVP auf halbem Weg getroffen. Dann wollte ich schon oft die Frage stellen, ja, also wo soll man uns denn treffen? Also wenn alles ein Verrat ist, was nicht 100% Verwirklichung unseres Parteiprogramms ist, wo ist dann überhaupt noch der Raum für Verhandlungen in der Gesellschaft? Also diese Zone des Kompromisses wieder herzustellen und auch wieder mit Leben zu erfüllen und auch wieder zu erklären, warum das eigentlich ein guter Zustand ist, wenn wir einen Kompromiss finden in einer Gesellschaft, das wäre glaube ich die Herausforderung. Ist das ein speziell österreichisches Problem, also wenn du die deutsche Medienlandschaft und die Debatten dort anschaust? Nein, das ist sicher kein österreichisches Problem. Also wenn wir uns anschauen, wie das den Wahlkampf in den USA und überall sonst, also diese extreme Polarisierung und die Totaldiskreditierung der anderen Kräfte und vor allem des politischen Gegners, das ist leider glaube ich ein internationales Phänomen, dem sich kaum irgendwo wer entziehen kann. Würdest du nochmal für fünf Jahre Politikerin sein? Das ganz tolle Privileg, das ich hatte in diesen fünf Jahren, ist, dass dieser Zufall gewollt hat, dass wir regieren und diese Erfahrung, wie das ist als Regierungspartei, tatsächlich Veränderungen umsetzen zu können, die auch bleiben. Das war es also hundertmal wert und dabei habe ich enorm viel gelernt. Wenn man mich jetzt fragt, möchtest du lieber Journalistin sein oder Oppositionspolitikerin, würde mir die Entscheidung nicht mehr so leicht fallen, weil ob ich jetzt im Journalismus sage, das und das und das wüsste ich alles besser oder ob ich in der Oppositionspolitik sage, das und das und das wüsste ich alles besser, ist fast das Gleiche, würde ich mal behaupten. Das ist halt eine andere Sphäre, in der man das sagt, aber es bleibt halt auf der deklaratorischen Ebene und nicht auf der tatsächlichen Wirksamkeitsebene. Letzte Frage, du hast schon angedeutet, dass das politische System so funktioniert, dass es halt auch nicht wahnsinnig attraktiv ist, dort einzusteigen. Es schreckt viele ab, auch die Öffentlichkeit, der mediale Druck, dem man ausgesetzt ist. Was würdest du denn einer jungen Kollegin, also ich spreche jetzt speziell Frauen an, die in die Politik gehen wollen, raten? Wovor würdest du sie warnen? Also mein Respekt vor allen Menschen, die sich wirklich in die allererste Reihe stellen, ist in diesen fünf Jahren enorm gewachsen. Also da würde ich, ich ganz persönlich nicht hinwollen und ich glaube auch nicht, dass ich es aushalten würde. Man müsste jeder, also ich freue mich natürlich über jede Frau speziell und auch speziell noch einmal über jene junge Frau, die sich das zum Ziel setzt, womit sie halt rechnen muss, ist, dass sie eine Teflon-Schicht braucht, an der das alles abbringen muss. Anders hält man es nicht aus, in der allerersten Reihe zu stehen. Wie man ja gesehen hat, auch an Beispielen und ich sage jetzt noch mal kurz das Wort Lena Schilling und damit schließen wir das Thema hoffentlich auch wieder ab. Aber zu sehen und zu wissen, dass man in der ersten Reihe nur überlebt, wenn man wirklich nichts mehr an sich ranlässt, ist natürlich schon ein hoher Preis. Also das ist ja nicht nur ein persönlicher Preis, den man dann zahlt, dass man nichts mehr an sich ranlässt, sondern das ist ja auch ein politischer Preis, weil wollen wir nur noch Politiker und Politikerinnen, die sich abkapseln von ihrer Umwelt und die das alles auch abbringen lassen. Ich verwende gerne das Wort abbringen lassen, dass es ihnen nicht mehr nahe kommt. Wir wollen ja eigentlich verletzbare Menschen, aber wir lassen nicht zu, dass sie auch verletzbar sein dürfen. Da sind wir mal wo falsch abgebogen. Ich glaube nicht, dass wir das wieder zurück in die Tube kriegen, aber der Ratschlag, dass man nichts persönlich nehmen darf und sich auch nicht wirklich authentisch zur Zielscheibe macht, den würde ich schon speziell Frauen geben. Sibylle, vielen Dank. Gerne. Soweit die scheidende grüne Nationalratsabgeordnete Sibylle Hamann im Gespräch mit Barbara Todt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Hintergründiges zur heimischen Innenpolitik lesen sie jede Woche im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Alle Informationen, auch zu gratis Probeabos, gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audio-Technik für diese Sendung. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.